Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Teil zur Eye of the Beholder und zwar wollen wir heute vorstellen, Sven, die Sega CD Version oder auch Mega CD Version, je nachdem in welchem Land man unterwegs ist und ich habe gerade auf der Anleitung hinten auf der Rückseite was ultra geniales gesehen, was ich noch überhaupt nicht kannte und der Holger auch noch nicht. Es gab wohl für das Sega CD für bestimmte Spiele ein Backup Cartridge, was man dann ins Mega Drive gleichzeitig reingesteckt hat und es gab einige Spiele, die quasi, das ist so eine Safe-State-Funktion, muss das sein, ja. Und man sagt, with a CD, a backup RAM card, you have external backup memory for Sega CD Games, so you can stop a game at any level, save it and come back for more, right where you left off. Funktioniert allerdings nicht für alle Spiele wohl, also hier ist schon angedeutet, for use with Sega CD Games with a safe option including Eye of the Beholder, Dark Wizard, Double Switch, Dracula Unleashed, Joe Montanas, NFL Football, Jurassic Park, Prince of Persia und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, so ganz so viele Spiele gab es ja dann für das Sega CD auch gar nicht, also schon eine gute Auswahl. Vor allen Dingen beziehen sie sich ja wahrscheinlich dann hier auch bei dieser Werbung zu dem Zeitpunkt des Erscheinens dieser Anleitung, welche Spiele davon unterstützt worden sind. Aber das ist natürlich für diejenigen, die es nicht wissen, eine gute oder wichtige Funktion war. Das war auch nicht selbstverständlich, dass man bei einer Konsole sie jederzeit abspeichern konnte. Häufig gab es ja eigentlich irgendwelche Save Points, an denen man irgendwo war oder am Ende des Levels oder was auch sehr häufig gegeben hat, ist, dass man einen Code bekommen hat am Ende des Levels, den man dann eingeben musste. Also so komfortabel wie am PC, dass man dann oftmals speichern konnte oder auch beim Amiga war, konnte man auch oftmals speichern. Aber auch da gab es bei vielen Arcades dann diese Codes, war es natürlich nicht. Und dementsprechend ist das natürlich wahrscheinlich damals ein echter Mehrwert gewesen. Ja, und ich kenne die Sega CD-Version ja wie gesagt auch gar nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, weil in den anderen Versionen hatten wir ja überall eine Speicherfunktion. Denn in den Modulen ist es natürlich möglich, eine Batterie zu verbauen, um den Spielstand abzuspeichern. Das geht auf der CD ja nicht. Deswegen macht das schon Sinn, bei dem Spiel für das Sega CD dann so ein Backup-Cartridge zu haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt bisher vorgestellt die PC-Version, die Amiga 500-Version und die Super-NES-Version. Und wir sind jetzt mal sehr gespannt. Also ich würde das jetzt eher mal so als Vergleich oder Konkurrenz dann denke ich mal eher zum Super-Nintendo sehen. Ja, definitiv. Ist ja auch zum späteren Zeitpunkt auch rausgekommen. Ich glaube, wir hatten es am Anfang erwähnt, irgendwie drei Jahre später. Genau, 93, 94 irgendwas. Die PC und Amiga-Version dann 91. Also klar, da könnte jetzt oder dürfte grafisch vielleicht ein bisschen was oben drauf gekommen sein, aber vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Du kennst die Version schon, ich kenne sie noch gar nicht. Wir legen hier mal die CD ein und dann geht es mal los. Ich habe mal den 6-Button-Controller hier angeschlossen, wobei das Spiel dann entgegen der Einleitung tatsächlich doch nur die drei Pasten unterstützt. Wir haben aber auch wieder verschiedene Spielmodi oder beziehungsweise Steuerungsmodi, die wir dann einstellen können im Menü, wie die Maus oder beziehungsweise wie die Steuerung funktioniert. Ja. Weil, wie wir schon gesagt haben, die Sega-Maus... Wir machen gerade mal das Fenster zu. Damit wir den Rasenmäher nicht ganz so hören. Ja, weil die Sega-Maus ja relativ kostspielig ist. Ja, definitiv. Dann müssen wir uns dann hier auf das Gamepad verlassen als Eingabegerät. Die Sega-Maus, die wird momentan so irgendwo bei 150, 200 Euro aufgerufen. Ja. Wobei immerhin unterstützte Maus ist ja für das Spiel, haben wir ja in der Super Nintendo-Version gesehen, schon eigentlich eine ganz wichtige Sache. Genau. Aber es sind halt ganz wenige Spiele, die es unterstützen und von daher sich das auch nicht so wirklich lohnt. So, und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen, wenn jetzt gleich ein bisschen die Musik zum Tragen kommt, dann... Man hört erstmal, glaube ich, so ziemlich nichts zu Anfang, aber dann im Spiel... FCI Pony Canyon... Ja, es ist genau, das ist diese Firma Pony, die wir vorgestellt haben, zu dem eigentlich so gut wie keiner was sagen konnte, vollkommen unbekannt. Ich denke mal, das können wir hier an der Stelle überspringen. Ja, sehr schön. Ja, also das sieht jetzt schon mal vom Begrüßungsbildschirm... Genau. Und 94 dann die Version jetzt für das Sega-Set. Also das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als die CGA-Version des PCs. Ich würde sogar sagen, sieht ein bisschen besser aus als beim Super Nintendo, das Startbild. Und hier hat man jetzt auch einen echten Mehrwert, also man kann jetzt hier... Ah, mit der Default-Party, okay. Genau, mit der Default-Party, das war ja immer so ein bisschen das Problem, oder das war das Problem zumindest bei der Amiga-Version. Bei der PC-Version hatten wir es ja vorbereitet, dass man dann die langwierige Charakter-Erstellung durchgehen musste. Wobei das natürlich auch ein Vorteil ist, weil einfach so ein bisschen ausgewogen, beziehungsweise die eingefleischten Fans wissen halt dann einfach, welche Charakterklassen man dann einfach mitnehmen muss, die unverzichtbar sind. Aber wir starten jetzt einfach mal mit einer neuen Party. Dann müssen wir noch mal ganz kurz gucken, ob da soundtechnisch noch irgendwas zu hören oder zu sehen ist. Aber ich höre so momentan irgendwie gar nichts außer dem Rasenmäher draußen. Ja, es ist CD, es hat Ladezeiten. Oh ja, mit Sprachausgabe. Krass. Aber vollkommen anders, die Musik. Die sind auch flott unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Sieht zwar grafisch, finde ich so ein bisschen schlechter jetzt aus, auf jeden Fall als die Amiga und die VGA-Version vom PC. Aber, ich weiß nicht, vielleicht ein Ticken besser als die Super NES-Version. Also sieht schon vom Vorspann. Ist schon anständig. Schon okay. Also was halt auffällt, dass es so ein bisschen besser ausgearbeitet ist. Man sieht so, der Rock, der hat so Falten geworfen. Das sieht man. Ich glaube, die größte Herausforderung war das tatsächlich dann auch ausreichend schnell, dann darzustellen. Ja. Die Wahnsinns-Animationen. Gut, das sieht jetzt wieder nicht so doll aus. Also an manchen Stellen ja. An anderen dann irgendwie auch nicht so. Die roten Steine sind nicht so rot wie in den anderen Versionen. Auf jeden Fall. Am Amiga waren sie ja wirklich absolut. Das war sehr sehr bunt, ja. Ja, ja. Das war echt super rot. Aber ich finde es ja... Tatsächlich eher braun, ne? Ja, genau. Wobei es eigentlich fast ein bisschen realistischer aussieht, muss ich sagen, von der Farbgebung her. Und da ist Wasser unten. Ja. Das war in den anderen Versionen nicht. Ja. Oh ja, und das hatten wir auch nicht. Doch. Der Rückzug der Kugel nochmal? Also der Einblick in die Kugel, aber nicht die Animation. Ja, ja, genau. Richtig. Schön gemacht. Das ist auch eigentlich... Ja, ich will nicht zu viel verraten. Wir gucken erstmal. Also hier haben wir jetzt auch wieder die Charaktererstellung. Da gibt es auch ein bisschen Musik. Müsste auch eine andere sein. Wir hören sie fast nicht. Ja. Man merkt, das ist sowas Rockiges eher. Okay. Also passt eigentlich nicht so... Wir können es auch versuchen nicht so lauter zu machen. Ja. Das ist was vollkommen anderes, ne? Also... Ja, das hat definitiv nicht so die Ruhe, die wir in der PC und der Super Nintendo Version hatten, ne? Ja, das ist irgendwie ein bisschen anders. Aber grafisch muss ich sagen, sieht das richtig gut aus. Ja, doch. Muss man natürlich auch sagen, da holt der Upscaler auch doch einiges raus. Also das Bild ist so relativ ruhig. Sogar für AV, ne? Wobei die... Manche Charaktere sehen fast auch so ein bisschen Comic-mäßig aus. Also er hier zum Beispiel, der Erste, der sieht nicht so ernst aus. Der hat so die Mundwinkel sehr weit oben irgendwie, ne? Ja. Aber es sind dieselben... Das sind dieselben Charakterbilder, ja. Wobei ich mir bei dem nicht so sicher bin. Ich glaube, der sah ein bisschen anders aus. Der sah ein bisschen anders aus. Der sah ein bisschen anders aus. Also teilweise... Der sieht mit der Frisur tatsächlich so ein bisschen Anime-mäßig aus, finde ich. Ja, genau. Der war da auch nicht drin. Vielleicht hat man das Ganze doch so versucht, auch ein bisschen so auf Japano zu trimmen. Irgendwie vielleicht. Ich weiß es nicht. Der war auch nicht dabei. Also es gibt dann ein paar Bekannte. Der war wiederum dabei, ne? Ja. Ich meine, er war auch dabei, aber sah ein bisschen anders aus. Ja. Den hatten wir auch. Den hatten wir jetzt als Kleriker ja genommen. Aber der war auch nicht dabei. Ne, ne. Der war auch nicht dabei. Aber hier, guck mal. Der Ritter auch nicht, ne? Also schon haben sie ein paar Bildchen noch dazugefügt, muss ich sagen. Finde ich ziemlich gut. Teilweise ziemlich gute, finde ich. Ja. Der Ritter zum Beispiel, das wäre jetzt so für einen Kämpfer schon gar nicht so schlecht, Das sieht cool aus, ja. Anders als in der letzten Version, die wir uns dann noch angucken werden, aber da kommen wir dann dazu. Genau. Also hier haben wir auch wieder die Reroll-Funktion, so wie wir es kennen, auf die einzelnen Werte. Und wir haben tatsächlich auch wieder die Modifier. Aber der Modifier ist drin, okay. Genau. Der Modifier, den haben wir ja beim Super Nintendo vermisst, ne? Da war er nicht mit dabei. Und hier sehen wir, hier können wir dann über 18 teilweise sogar hinausgehen. Ja, okay. Und so, ach so, ich muss erstmal hier auf OK bestätigen und dann kann man hier, ne? Irgendwie müsste man ja auch eigentlich dann hier auf die anderen Werte wechseln. Ja, die Musik kann man mögen, muss man nicht mögen für so eine Charaktererstattung. Ne. Also da liegt mir tatsächlich die von der PC und der Super Nintendo Version deutlich mehr. Ja. Also man muss hier auf die Zahlen klicken, damit man das hier umstellen kann. Ja. Ja, ich finde die Musik auch so mittelmäßig. Ja. Ja. Okay. Dann kann man hier den Behalten im Ganzen noch einen Namen geben. Ja. Aber ich würde sagen, hier an der Stelle laden wir mal unsere Party. Ja. Kann man machen. Ja. Dann machen wir hier mal einen Reset. Deutlich lauter als das Spiel an sich. Ja, das stimmt. Vorher ist der Sound. Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich dann teilweise aufgenommen. Obwohl der Sound ja hier eigentlich dann direkt von CD auch kommen müsste. Mhm. Wobei ich glaube, dass dieser Sound eben, der kommt nicht von der CD. Also das Intro. Weil das kommt ja auch, wenn ich noch keine CD eingelegt habe. Und die Sprachausgabe und so weiter. Also kommt aus dem Speicher vom Mega-CD. Richtig. Und die Sprachausgabe und die Musik kommt dann von CD. Das ist wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen leiser dann abgestimmt von der Ausgabe her. Gut, vielleicht sind auch die Kondensatoren unter Umständen da auch ein bisschen am schwächeln. Da können ja auch mal dafür verantwortlich sein. Kann auch sein, ja. So, jetzt starten wir mal mit unserer Default-Party. Mhm. Das ist eine schöne Funktion, finde ich, für Leute, die jetzt wirklich einfach direkt loslegen wollen. Auf jeden Fall. Und sagen, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt auf Charaktererstellung eine halbe Stunde lang. Ja, das ist... Die vielleicht auch nicht so entscheidungsfreudig sind die Leute, die dann sagen, oh Gott, wie nenne ich die denn jetzt und was nehme ich denn jetzt überhaupt, ne. Das wäre jetzt auch so aus heutiger Sicht... Die einfach so casual-mäßig mal loslegen wollen. Genau, das wäre aus heutiger Sicht auch diese Charaktererstellung, also schon, ja, schon... Man hat damals wirklich Zeit gehabt. Ja, ja, ja. Genau. Und hier sehe ich schon was, was mir sehr gut gefällt, dass die, äh, die, ähm, nach die Himmelsrichtung in der wir uns befinden, eine andere Farbe hat als die anderen. Das war, glaube ich, in den Versionen vorher alles nicht. Doch. Also das hier ist jetzt hier... Wann die, dass die rot ist? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Ja, das ist halt dadurch, dass jetzt hier eine andere Farbgebung anliegt, ne, dass das nicht so rot ist, sondern eher so bräunlich ist. Aber ich muss sagen, ich finde das, ehrlich gesagt, fast ein bisschen realistischer. Ja, muss ich auch sagen. Jetzt auch schon beim, beim Intro auch. Und jetzt würde ich mal zu Anfang kurz mal auf diese drei Steuerungsmöglichkeiten eingeben. Das haben wir ja beim Super Nintendo auch gehabt, beziehungsweise da hatten wir ja dann die Maus. Ja. Lass mal hier die Musik. Sehr fetzig, ne? Boah. Also ich finde, die ist, leider muss man die wirklich fast abschalten. Also die passt gar nicht. Also am besten würde ich dann sagen, man nimmt sich dann vom PC irgendwie die Musik auf oder von den anderen Versionen lässt die mit... Liste auf oder über YouTube nebenher laufen oder irgendwas, ja. Genau. Und schaltet die aus. Ich finde, das ist keine Musik... Das geht gar nicht. Ja. Da wird daher so richtig rockig an manchen Stellen, wo ich dachte, das passt gar nicht. Und das ist sehr schade, weil das die an... Boah. Na, also das ist so... Da habe ich gerade so den Matrix Trailer vor Augen eher als 1 of the B.A.O. oder Rollenspiel. Ja. Aber es ist sehr schade, wie gesagt, weil ansonsten optisch macht das erstmal einen super Eindruck. Oh ja, das ist aber auch anders angeordnet alles hier. Ja. Hier im Menü gibt es auch eine andere Musik, die wiederum gut ist. Die ist richtig gut. Die passt, ne? Also... Die hätte ich ja eher fürs Ingame genommen an. Ja. Ja. Kann man sie denn ausschalten? Ja, ja. Können sie ausschalten. Also wenn sie die Funktion nicht eingebaut hätten, dann... Ja. Kann sie ausschalten, ne? Wer das entschieden hat, dass diese Musik ingame ist, das... Boah. Ja. Und jetzt haben wir hier drei verschiedene Möglichkeiten. Also Modus 1 ist, wir benutzen unseren Mauszeiger wie ganz normal. Das bedeutet aber, dass wir dann wirklich hier sehr genau navigieren müssen. Dann haben wir hier diesen zweiten Modus. Mal ganz kurz, da bewegen wir uns hier normal. Und wenn wir hier schlagen... Was schießt ihr denn da in den Raum rein? Das ist ein Schlag. Das ist die Schlaganimation. Das soll quasi zeigen, dass das Schwert vorgeht. Ja. Genau. Das ist eine Schlaganimation. So. Also hier sollte... Ach so. Wenn wir jetzt den Modus 2 aktiviert haben, dann können wir hier einmal die Starttaste drücken und haben dann die Möglichkeit über... Ach. Okay. Hier zu navigieren über das Steuerkreuz. Das ist natürlich nicht doof. Einmal Starttaste gedrückt halten und dann können wir hier navigieren. Und wenn wir hier stehen bleiben, dann... Und die Starttaste nochmal drücken, dann kann man hier navigieren. Das ist aber gar nicht so doof. Also wenn man sich das ein bisschen angeeignet hat... Das ist richtig gut. Und bei Modus 1 ist es... Das habe ich jetzt vergessen. Sorry, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz zurückstellen. Und du hast die Musik schon wieder angelassen. Ja, die wollten wir ja auch anlassen, damit die Zuschauer auch sehen, dass es gut ist. Und wenn man jetzt den Modus 1 wählt, muss man die Starttaste gedrückt halten. Man hält die Starttaste gedrückt und kann dann navigieren und dann ist man... Man kommt ein bisschen schneller dann. Ja, genau. Richtig. Also das heißt gedrückt halten. Dann können wir uns hier bewegen. Also das finde ich, das ist ja auch interessant mal zu sehen, wie das hier gelöst ist. Auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es noch den dritten Modus. Den wollte ich auch noch kurz zeigen. Da ist es dann so, dass er so Kästchenmäßig springt. So ähnlich wie wir das beim Super NES auch gesehen haben. Ja. Das heißt, man sieht das. Ah, ja. Okay, verstehe. Kannst du denn dann im Bildschirm frei laufen? Genau. Du gehst dann hier auf dem Bildschirm an irgendeine Stelle und dann... Okay, aber ist auch nicht ganz frei. Er springt auch da nur vom Bildschirm? Ja, er springt. Aber man muss auch nur ungefähr in der Nähe von den Schaltern und von den Sachen sein, die man jetzt aufnimmt. Gut, jetzt hier sind wir noch eins zu weit weg. Ganz interessant, auch wieder ein ganz anderer Ansatz von der Steuerung her, als bei der Super Nintendo Version. Genau. Und hier muss man aber auch wieder gedrückt halten, also die Starttaste gedrückt, damit man laufen kann. Wobei ich das eigentlich, muss ich sagen, echt ziemlich cool finde, weil man sehr, sehr schnell hier laufen kann. Ja, schon gesagt. Und auch hier beim Schlagen, also wenn wir jetzt hier schlagen, dann springt er automatisch auf die nächste Hand, genauso wie beim Super NES. Also muss man sagen, wobei ich sagen muss, für mich ist das ungewöhnlich. Ich hatte es, glaube ich, in dem anderen Modus, vielleicht hätte ich es ein bisschen besser gefunden, aber ja. Aber die Musik geht gar nicht, Leute, die geht echt gar nicht. Ja, das ist schon ein bisschen. Jetzt haben wir die Lockpicks, die nehmen wir mal mit. Und ja, die Musik geht gar nicht. Ich glaube, wir schalten sie wirklich aus. Sieht sie bitte aus, ja. Da wäre ich sehr dafür. Also könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Musik haltet, aber ich finde sie auch mittelmäßig gut, muss man wirklich sagen. Aber jetzt ist natürlich, wenn so gar nichts kommt. Wenn gar nichts kommt, ist auch irgendwie langweilig. Aber also in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, lieber gar nichts als diese rockige, fetzige. Also hier muss man nur so dann in der Nähe sein. Okay. Also beziehungsweise. Jetzt geht es schon los. Achtung. Jetzt können wir uns aber hier drehen und dann. Wow. Da gibt es eine dicke Animation hier. Ja. Aber schön ist, dass hier auch Swapping steht. Ja, genau. Oder Swapping. Genau. Du kannst hier jetzt rein theoretisch. Das ist immer dann auch mal wichtig. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Richtig, ja. Wenn einer der Charakter vorne fast fertig ist, dann kann man halt mal oder beziehungsweise dem Tode nah, dann kann man dann auch einfach mal sagen, okay, komm her, ich zieh mal den Kleriker nach vorne. Gerade wenn die Gegner. Sehr gut. Das musste man tatsächlich auch taktisch immer nochmal einsetzen, kann ich mich erinnern. Nur wenn man einer irgendwie da wirklich ganz böse auf die Mütze bekommt. Wenn man nicht schnell genug ist mit dem Heilen oder vielleicht keinen Heilszauberspruch mehr hat. Cool. Ja. Sehr schön. Aber ansonsten muss ich sagen, also das, nachdem ich mich so ein bisschen hier mit den verschiedenen Modi beschäftigt habe, die es hier gibt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde auch dich jetzt mal spielen lassen, weil du bist da deutlich mehr sehter jetzt. Bis ich mir diese Spielsteuerung jetzt gerade angeeignet habe, das kann nur in die Hose gehen eigentlich. Ist auf jeden Fall auch alles deutlich heller als in den anderen Versionen, finde ich. Mhm. Ja. Ja. Okay, da sind schon mal wieder einige Gegner. Aber die Animation ist cool gemacht. Ja. Muss man echt sagen. Auch so Sound ist cool. Ja, und das ist auch die einzige Version, die diese Schlaganimation auch vorne drin hat. Ja. Ja. Echt richtig gut. Gut. Ach, guck mal. Die haben übrigens jetzt auch hier in der Standard-Party tatsächlich da entsprechend jetzt auch den Dieb mal genommen, den wir ja ausgespart hatten. Ja. Ja. Ich glaube, es muss noch einen Schritt nach vorne gehen. Das liegt so weit weg. Ja, das sowieso, aber ich muss auch... Ne, ich glaube, das war sogar richtig. Ich musste noch das Fenster hier schließen. Ah, okay. Mhm. Ja. Das ist halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss dann tatsächlich hier oben wieder aufs Bild und dann kann man hier wieder in den Bildschirm auch rein. Ja. Ja. Ein bisschen Gewöhnungssache. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung kommt man da durchaus rein. Es sieht zumindest so aus, so wird man dann relativ schnell dann auch trotzdem vorwärtskommen. Ja. Also ich meine, das ist ja wirklich auch, denke ich mal, eine der Herausforderungen. Wie kann ich das steuerungstechnisch für die Konsolenspieler anbieten, damit die auch irgendwo klarkommen, ne? Ja. Okay, hier ist sogar auch noch was. Und guck mal, wenn ich jetzt hier hinklicke... Ne, das reicht nicht, aber... Ach, das reicht nicht. Okay. Ja, man muss schon ein bisschen genauer sein, aber... Er scheint trotzdem je nach Screen diverse Punkte zu haben, an denen er anfährt, ne? Ja, genau. Aber ist in Ordnung. Kann man echt nicht meckern. Ist wirklich... Schade, dass die Musik dann so... Ja, das geht gar nicht. Das ist ein wirklicher Fauxpas. Wow. Ja, gut, bis man jetzt hier so... Oh. Achso, wir wollten mal gucken, wie der Zauberspruch auch aussieht, ne? Ja, genau. Das wäre mal interessant. Oh, wir haben den nicht memorized. Das müssen wir natürlich noch machen. Ja, ich habe gedacht, bei der vorgefertigten Party wäre das alles schon... Ja, ich hätte das aber auch gedacht, ne? Ja. Aber machen wir gleich noch. Wir werden mit Sicherheit noch auf die ein oder andere Gruppe treffen. Ja. Ja. Gut, das ist natürlich eine Sache, das würde jetzt mit der Maus deutlich schneller gehen, ne? Da muss man ja jetzt hier... Oder mit dem Modus, dass du nicht zwischen den Dingern springst. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon das Problem, dass wir jetzt hier selbst sogar erstmal hier raus müssen, um dann auch wieder hier an die entsprechende Stelle zu kommen. Ach, ja, falsche. Okay. Also das Einsammeln der Sachen, aber wir kommen... Doch, wir kommen hier rüber. Ich habe schon gedacht, wir müssen ja jedes Mal jetzt raus. Alles immer da machen, ja? Ja, aber er hat sich jetzt hier verfangen in diesem... Ja, du musst wahrscheinlich auf E da irgendwie auf Exit... Ja, wahrscheinlich... Das ist ja noch die... Von dem Magier noch... Okay, den können wir auch noch aufnehmen. Zumindest haben wir... Ja, hier müssen wir jetzt nach unten. Also das ist so ein bisschen von der Steuerung, ne? Also wir können jetzt hier... Ja, es gibt so gewisse Punkte, aber du kannst von manchen Punkten aus nicht nach... Du kannst von manchen Punkten aus dann anscheinend dann nicht nach oben oder nach links oder wie auch immer das so ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, unser Kabel hat ja einen kleinen Wackler. Das wird ab und zu so ein bisschen grünlich, das Bild. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert. Schwankt, schwankt irgendwie ein bisschen. Gut, kann vielleicht auch an dieser ganzen Kabel-Konstellation liegen, ne? Ach, warte mal. Eigentlich wollte ich mal gucken, da war doch noch ein Schalter, oder? Na ja, gut. Schauen wir hier mal weiter. Kann man denn hier auch auf diese... Ach ja. Cleric has gained a level of experience. Da kriegt man sogar vor Augen. Sehr groß die Schrift unten auch. Die war bei den anderen Spielen deutlich kleiner auch, ne? Ja. Also wenn man da jetzt eine Maus hätte... Was passiert denn, wenn du hier jetzt auf Savegame gehst? Fragt er dann dieses Cartridge ab? Ne, ne, ne. Du kannst hier speichern. Achso, und wo speichert er das? Da gibt's vorgefertigte... Also da ist ein eingebauter Speicher drin. Im Sega CD? Im Sega CD. Der ist dann halt irgendwann voll und da kann man dann im Menü am Anfang dann entsprechend leeren. Habe ich dann auch tatsächlich mal gemacht, weil sonst passt dann irgendwann nichts mehr drauf. Ja, ja, ja. So viele sind das natürlich dann auch nicht, ne? Also wenn man da so zwei, drei Games hat und die speichert, dann ist das voll. Und da gab's ja dann wie für ein Sega Saturn auch tatsächlich auch nochmal so ein extra Speichermodul. Der Sega Saturn konnte ja auch einen Teil dann intern rein speichern. Und wenn man dann mehrere Spielstände hatte... Da macht natürlich dieses Modul hier auch Sinn. Ganz genau. Was aber bestimmt nicht günstig gewesen ist, wie ich mir vorstellen kann. Ich würde auch nicht sagen, dass das wahrscheinlich heute ziemlich günstig ist, weil ich glaube nicht, dass sich das sonderlich häufig verkauft hat. Ja. Vielleicht gab's das sogar auch nur in Amerika. Es ist zumindest hier natürlich von der Sega Genesis Version die Rede, beziehungsweise hat er das Sega Steel of Quality, was ja eigentlich nur in den Amerikanischen drauf gewesen ist. Hier gibt's jetzt nur zweimal Magic Missile. Ja. Einmal Acid Error. Ja. Okay. Und dann können wir nochmal hier Pray for Spells. Das ist eigentlich gleich. Genau. Dann hat er hier fünfmal... Achso, der ist ja schon Level aufgestimmt. Ja, genau. Ja. Okay. Und hier haben wir dann auch noch... Hier diese Stärkung können wir jetzt noch nehmen. Oder nehmen wir mal Slow Poison. Aber brauchen wir jetzt hier eh noch nicht. So weit kommen wir heute nicht. Nee. Das, was wir brauchen. Wahrscheinlich, genau. Okay. Und dann gehen wir jetzt mal auf... Ah, stopp. Dress Party wollten wir noch machen. Aber hier hat er dann wiederum eine freie Maussteuerung. Also dann funktioniert wieder stufenlos hier. Ja. So, gucken wir mal. Hier kann man auch übrigens dann von Monstern mal überrascht werden. Ja. 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 Auch das geht, ja. Hat man in anderen Versionen gar nicht, dass wir da mal überrascht wurden. Nee. Das geht auch bei Baldur's Gate zum Beispiel sehr, sehr oft, dass man während des Restens, je nachdem wo man sich befindet, doch des Öfteren mal von Monstern überrascht wird. Ja. Das kann es dann schon wirklich unter Umständen schwierig machen. Gut, ich nehme mal einen Stein mit. Okay, hier konnten wir nicht... Nee, die können wir nicht von da öffnen. Das war auch übrigens dieselbe Meldung. Ja. Sehr interessant. Ah, okay, das sind diese Platten. Genau, jetzt gucken wir mal. Das ist natürlich deutlich besser zu sehen hier. Die waren ja in den anderen Versionen eher als wahrnehmbarer Kreis, aber in derselben Farbe des Bodens immer gemacht, ne? Ja, ja. Ja, das hat man hier so ein bisschen eher so, ja, ich sag mal, so ein bisschen Art glitschig versucht irgendwie zu machen, ne? Das Schöne ist auch, du hast den Stein optisch eigentlich neben dieses Ding gelegt. Ja, das liegt eigentlich gar nicht drauf. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, hier ist dann Glück, nochmal ein Stein. Also Steine braucht man auf jeden Fall. Da kann man aber wirklich froh sein, wenn da noch jemand eine Hand frei hat. Man muss ja dann nicht über das Inventory in den Gürtel, also so irgendwie so eine Drop-Funktion, glaub ich, das hatte ich schon gesagt, das ist natürlich dann echt immer hilfreich. Jetzt gehen wir erstmal wieder hier lang, ne? Mhm. Da sind wir ja auch beim letzten Mal. War da nicht irgendwo dann der Geheimgang? Das war doch irgendwo hier, ne? Nee, falsch. Aber gut, da könnte man ja jetzt den richtigen gar nicht unbedingt so finden. Stufenlos wird wahrscheinlich echt schwierig. Aber ich glaube, vielleicht war das auch tatsächlich in der Kasse. Genau. Und da rechts war die Tür. Dann gehen wir hier in die Ecke. Da jetzt wirklich zweimal. Guck, man weiß ja auch nicht, ob der Level aufbaut wird. Auf jeden Fall. Auch schön mit diesem Nachhall der Gänge, ne? Das Geräusch. Ah, hier. Da ist er. Du hast ihn gesehen beim Drehen. War interessant, ne? Also beim Drehen hat man ihn gesehen. Boah, jetzt muss er natürlich schnell nach oben. Jetzt machen wir mal den Magic Missile auch mal zeigen, ne? Gut, jetzt bleibt er natürlich da hinten hängen. Can't reach. Jetzt können wir Cure Light Wands machen. Okay, wollen wir nicht. Natürlich versucht er den schnellsten Weg jetzt, um da durchzukommen. Aber das ging eigentlich sogar ganz, ganz gut, muss man sagen. Man muss halt dann überspringen. Klar, weil mit der Maze hat sie natürlich hinten keine Reichweite. Mhm. Die Klerikerin, ja. Okay, komm. Dann machen wir mal so. Aber du machst das schon sehr souverän mit der ganzen Steuerung hier. Ah, ich weiß nicht. Also da würde ich mich jetzt ein bisschen schwerer tun, glaube ich, wenn ich das jetzt anfangen würde. Ah, guck mal. Ah, siehste. An den kann ich mich erinnern. Den haben wir jetzt irgendwie bei der PC-Version gar nicht gefunden. Das ist dieser Wurfpfeil. Ach ja. Das ist nochmal ein anderer. Okay. Da haben wir uns schon sehr gefreut, weil er macht nämlich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Schaden. Schaden, ja. Okay, manchmal sieht das so aus, als ob, ne. Aber er würde das dann schon hier anbieten an der Stelle, wenn es gehen wird. Also dann würde ich sagen, ansonsten hier eine Sackgasse. Aber interessant hier oben mal zu sehen, denn in der Decke ist ja auch schon ein Loch, ne. Ja. Also das heißt, man kann da vielleicht auch dann eventuell runterfallen, wobei wir ja eigentlich nach unten gehen. Wir sind ja eigentlich im ersten Level, ne. Wir gehen ja eigentlich eher weiter runter immer. Ganz genau. So, dann können wir mal gucken, dass wir hier die Tür. Aber ich glaube, hier muss man auf die Tür. Das reicht. Also nicht auf den Schalter. Ja, okay. Verstehen, ja. Aber wenn man jetzt den Mode 1 hat, wo man dann die Maus steuern kann, dann musst du auf den Schalter drücken. Ja. Also das, selbst das hat ja auch schon einen gewissen Programmieraufwand nach sich gezogen, dass man diese drei unterschiedlichen Steuerungsmodi hier entwickelt hat, um zu sagen, Mensch, was liegt euch da am besten? Na gut, um jetzt hier rüber zu kommen. Ich weiß nicht, wo man schneller wäre jetzt. Es ist halt, dass man manchmal so drüber hüpft, weil man es nicht so wirklich gewohnt ist. Guck mal, der Match kann einen Dolch nehmen. Genau, das ist ja Alien-D typisch. Aber vorhin mit der Schleuder, das hat ja nicht funktioniert, ne. Das ging nicht. Bei der PC-Version, genau. Genau. Richtig. Da durfte er dann keine Sprüche mehr wirken. Ja. Okay, wir gucken mal kurz die Charakterwerte. Okay, das sieht jetzt hier so aus. Okay, Level 3, 6839. Kratzt schon. Du kriegst alles. Ach, das sind die Würmer, ja. Ja, da sind die Würmer, genau. Die sehen aber nicht so schick aus, finde ich, wenn sie... Obwohl, das sieht, von der Animation her ist das cool, weil es hier Wasser ist. Guck mal, wenn sie hochgehen, haben die Wasser da hängen. Weißt du, warum das so aussieht? Das ist natürlich die Kanalisation. Richtig, richtig. Und die Kanalisation, da fließt natürlich dieses brackige, grüne Wasser her. Ja, ja. Ich revidiere meine Meinung, sieht gut aus. Eigentlich eine... Ist sogar die einzige Version, die das so hat. Richtig realistische Version, muss man echt sagen. Ja, ich war ganz kurz von der Farbe irritiert, die da unten ist. Aber das ist diese Wasserfarbe dann einfach. Wie gesagt, ich revidiere völlig meine Meinung. Aber das waren ja jetzt einige, ne? Wie sieht die Klasse aus. Ja. Und wie wir hören, es waren noch nicht die Letzten. Ne, das stimmt. Können wir nochmal unseren Gürtel fleißig bestücken. Okay, hier müssen wir einen Schritt nach vorne. Aber wie gesagt, es geht. Ja, man muss ja ein bisschen reinfuchsen. Kommt da rein, ne? Vor allem finden wir irre viele Dolche. Also manchmal ist dann, denke ich, schon die Dropchance wahrscheinlich auch zufällig. Mhm. Die ist wahrscheinlich dann unterschiedlich hoch. Okay. Das Geräusch ist verstummt. Kurioserweise. Ja. Hinten liegt noch ein Scroll. Genau. Gucken, ob man die schon von hier erhaschen kann. Ne. Aber von hier. Ah, von hier. Map of this level. Map of this level. Das ist neu. Aha. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo ist die denn jetzt versteckt, die Map? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da wird wahrscheinlich einer von den Charakteren haben, ne? Ja. Da gucken wir mal uns das Ganze an. Das gab's doch definitiv bei den anderen Versionen. Map 1 stand da. Ach. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ach, guck mal. Ui. Ui. Das ist natürlich richtig cool. Ja, das ist natürlich wirklich ein echter Vorteil. Das ist ein Mehrwert, definitiv. Ja. Es gibt keine Legende hier, was jetzt grün, gut, wird wahrscheinlich Türen sein, die aufgehen. Ja. Rot sind die geschlossenen Türen. Genau. Blau. Vielleicht, ja. Keine Ahnung, vielleicht Trittplatten oder Geheimtüren oder so irgendwas, die vielleicht sogar angezeigt werden. Cool. Ich würde sagen, kann man hier sogar den Ausgang erkennen. Also ich würde fast behaupten, dass das hier... Oder rot ist der Ausgang, weil das eine... Ja. Genau. Der ist ja auch in so einer Ecke da hinten. Ja, genau. Also probieren wir jetzt nochmal. Wir gehen jetzt mal wieder raus hier. Raus, dann rechts durch die Tür und dann müssten wir es eigentlich ja schon geschafft haben. Dann gucken wir mal, ob uns das dann hier an der Stelle tatsächlich geholfen hat. Oh Mann. Genau. Die Version ist eigentlich echt richtig, richtig gut. Warum hat mir der so eine, Entschuldigung, scheiß Musik verpasst? Ja. Ja. Das stimmt. Das macht es echt. Könnten nochmal kurz heilen. Wir wollten ja sowieso mal... Ach guck mal, da ist er gleich so... Oh ja, ganz gut gehalten. Ja. So sehen. Ne, falsch. Können wir nochmal. Kämpfer vielleicht auch nochmal. Genau. Genau, richtig. Das wird dann nochmal so eine richtig heftigen Begegnung... Schick. Auflaufen. So und jetzt die nächste rechts. Durch die Tür, genau. Ja. Okay, da... Ah, das hört sich auch so an. Da sind sie auch. Ah, da sind sie schon, ja. Ich glaube, da können wir erstmal so... Wären die kommen? Ne? Kann man noch hier... Falls sie kommen, sind schon wieder weg. Hä? Hä? Die waren doch gerade da, oder? Ja, die haben Angst bekommen, vermute ich mal. Ja, die kommen wahrscheinlich von hinten jetzt an. Oh! Oh, da liegt ein Schild dahinten. Ja, ich sehe es. Ja. Aber jetzt müssen wir echt erstmal richtig fighten hier. Jetzt gibt es erstmal Rambazamba. Mhm. Und das wird natürlich dann schon unter Umständen dann hektisch, ne? Wenn man jetzt hier noch irgendwie einen Heil-Zauber-Spruch... Wobei... Jetzt mal gucken... Gut, hier schlägt es jetzt daneben. Wow. Aber wir könnten jetzt... Cure Light Ones... Okay. Oh, wie schnell das geht... Wow, gut. Viel schneller würden wir es mit der Maus wahrscheinlich auch nicht hinkriegen, wenn man sich nicht alles verklicken wird mit linker und rechter Button hier. Dann... Dreh dich mal, du wirst noch angegriffen von der Seite. Mhm. Ja. Was auch nicht so gut ist, weil das geht dann ja unter Umständen auf die hinteren Charakteren. Richtig, genau. Ja. Die haben nicht so einen guten AC-Wert oder Rüstungswert haben. Genau. Oder die sind ja auch meistens nicht mit so vielen Hitpoints veranschlagt. Ja. Genau. Wobei das natürlich jetzt blöd ist, wenn er hier... Aber gut, man kann drüber springen, ne? Also... Man kann hier mit E drüber... Also man ist eigentlich relativ schnell... Man ist fast eigentlich beraten, tatsächlich alle durchzuklicken, alle Optionen... Und nicht manuell zu wechseln. Cool. Da liegen jetzt... Also es ist eine völlig gute Version, finde ich, das Spiel. So, sammeln wir das nochmal auf. Dann gucken wir tatsächlich mal um die nächste Ecke, würde ich sagen. Ja, wir können ja auch... Wir sind ja im Prinzip jetzt durch hier. Ja. Der Dungeon hört ja auch. Vielleicht können wir ganz kurz einen Blick noch... In den zweiten, genau. In den zweiten nochmal werfen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht im anderen Charakter... Beziehungsweise der kriegt sowieso gleich ja den Schild, den wir da jetzt auch entdeckt haben. Dann gucken wir uns mal ganz kurz an, ob wir da irgendwie zum AC-Wert noch irgendwas erfahren können aufgrund des Schildes. Ja. Gucken wir uns mal vorher an, bevor wir ihn ausrüsten. Genau. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier... Vier hat er. Vier, genau. Amorglas. Richtig. Vier. Das ist eigentlich schon recht gut. Und bei AD und D geht es nach unten weiter. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt drei mindestens kriegen, wenn wir besser werden. Ja, genau. Und geht dann auch in die Minus-Bereiche, ne? Ja, genau. Richtig. Das schöner Buckler hier. Ja. Ja, drei. Also ein Amorglas wird besser geworden. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen Erfahrungswert, ne? Was bringt dann der jeweilige... Ich denke, glaube ich, die Eisen-Plate oder die Iron-Plate, die bringt dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, definitiv. So eine Lederweste momentan, ne? Ja, definitiv. Guck mal, er hat aber auch hier dieses Feld-Map. Ja. Wahrscheinlich bei jedem dann. Ja, genau. Egal, bei welchem Charakter du bist, dass du jeweils immer die Möglichkeit hast. Aber da musst du jetzt nochmal auf die CD sogar zugreifen, ne? Aber guck mal, man kann das anscheinend auch irgendwie hier vervollständigen. Nee, die... Du kriegst alle Stages dann. Das ist natürlich... Wo du rauskommst. Das ist richtig gut. Wobei du wahrscheinlich für jeden Dungeon trotzdem die Map finden musst dann. Für jeden Level, ja. Für jeden Level, genau, ja. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir jetzt mal in die 2 gehen. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich theoretisch hier lang, oder? Ja, genau. Und geradeaus ist er. Ja, genau. Da ist der Pfeil. Da nehmen wir den Pfeil noch mit, genau. Aber wir haben jetzt immer ein bisschen was anderes entdeckt jetzt bei den verschiedenen durchläufen, ne? Jede Version ist so ein bisschen anders natürlich. Ja, ja. Ja. So, ich glaube hier... Jetzt muss ich was drauflegen. Jetzt geht die Tür runter. Genau, hier war noch dieses... Kobold Room for Entrance. Ja, das ist der Hinweis für den nächsten Dungeon, ne? Ja. Gut, dann haben wir hier... Brauchen wir einen Stein, ne? Mhm. Keine Steine. Ah, hier, guck mal, wir können hier auch durchblättern. Genau, stimmt. Ja, das geht aber bei allen Versionen, ne? Da muss wahrscheinlich eins vorgehen, noch. Stein ablegen. Und... Ah, ich glaube, wir müssen den schmeißen, weil... Abbruch, ne? Nö, nö, nö. Das war gegenüber den Schalter jetzt hier. Dass man ja hier nur so ungefähr treffen muss, ne? Ich wollte schon mal das Handbuch. Theoretisch müsst ihr jetzt hier abfreikommen. Nein. Keine... Aber guck mal, guck mal, hier ist die Grafik schon anders. Ja, ja, ja. Definitiv. Das hier, die Grafik, das sind jetzt braune Wände eben. Die waren so orange, also ein röttliches braun. Und die sind hier... Genau, das ist ja mega cool gemacht. Das ist ja echt nicht verkehrt, wird sein. Können wir, glaube ich, in der Hand lassen gerade, ne? Ja. Gab drei Richtungen. Wo sind wir so langgegangen? Links, ne? In der PC sind wir da langgegangen, ne? Ja. So ein kleines Stück. Da hinten gibt's doch anscheinend schon... Action. Ach, guck mal, die Force ist in Ordnung, ne? Ja, ja, genau. Jetzt müsst ihr hier das Skelett geben, genau. Ja, genau. Jetzt schnell! Schau dir nicht auf die Mütze, ne? Ach, naja, gut, der war ja nicht so heftig. Das ging, ja. Aber tatsächlich ist auch... Sieht wirklich super aus hier. Echt, das muss man sagen. Auch hier diese Axt, die jetzt hier vorne liegt. Ja. Das ist... Guck mal, der sieht mir so ein bisschen den Griff auf. Mhm. Sehr schön. Genau, hier ist die Potion noch. Hier ging's nicht durch, ne? Ach, hier können wir mal ein Dolch reinigen. Ach so, jetzt wollten wir nochmal kurz gucken wegen der Map. Der Airfix. Gucken wir nochmal ganz kurz hier die Karte an, ne? Er wird wahrscheinlich das, was wir entdeckt haben, aufzeichnen. Also er wird nicht die komplette Karte, ich würde sagen, er deckt das auf. Ne, gar nicht mehr. Er deckt gar nichts auf. Ah, tatsächlich. Okay, also wir müssen dann tatsächlich... Kein Auto-Mapping. Wir müssen die Karte finden, um alles zu sehen. Ja. Aber immerhin gibt's die Funktion. Ich find's super. Find ich auch. Ich find's echt super. Sehr schön. Dann nochmal ein Stückchen hier. Naja, ich würde denken... Wie weit sind wir? Ja, 40 Minuten. Ich denke, wir haben eigentlich ganz gut was gesehen jetzt von der Version. Ja, ich denke auch, das macht einen richtig guten Eindruck. Ja, muss ich auch sagen. Wie gesagt, mein Kritikpunkt hat man, glaube ich, in den letzten 40 Minuten oft genug rausgehört. Aber da werden wir dann im Fazit auch nochmal drauf kommen am Ende. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Genau. Wir schauen uns dann noch die Gameboy-Version an. In der nächsten Folge gibt's dann die Gameboy-Advanced-Version. Genau. Die steht so ein bisschen für sich. Ja. Ist ein bisschen anders. Bisschen viel anders. Bisschen viel anders. So viel können wir schon mal verraten. Genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid dann wieder. Das wird dann auch mit Sicherheit der letzte Part werden. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.